Hallo und moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Destiny 2. Wenn euch der Part gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wann eine nächste Folge rauskommt, dann folgt mir bitte doch auf Twitter oder Facebook. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und nun, viel Spaß bei dem Part. Vielleicht sollte ich mal meinen Level-Up machen. Kein Public-Event startet gleich und keine Sau ist da. Finde ich gut. Mache ich es halt solo. YOLO mit dem Solo. Ja, kommt ihr mal an oder was? Ich habe mich orientieren müssen, sorry. Die Gefallenen wollen wohl einen Glimmer herbringen. Haltet die Augen offen. Da müssen wir das Event alle 5 Minuten oder was? Ja, klar. Where is the Glimmerbogen? Bora. Müssen wir das wieder machen, oder was? Ja, ihr habt es wieder angenommen. Optional. Ja, ich sehe auf jeden Fall schon mal einen Boss. Den sehe ich schon mal. Ein Glimmerberg-Bautrupp. Erledige sie. Güter gefallen. Sehr gut gemacht. What the fuck? Ich habe nichts... Sehr gut gemacht. Was macht ihr denn? Ich wollte ihn wiederbeleben. Ja, warum mitten in dem Strahl? Weil ich es kann. Ja, anscheinend ja nicht. Ich ist ja gestorben. Ich wollte nur zeigen, wie es nicht geht. Ach so. Die machen sich auf den Weg woanders hin. Rüben. Die machen sich auf den Weg woanders hin. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Das war's. Der Bohrer ist schraubt. Es wird schwierig ohne einen Bohrer nach Glimmer zu graben. Gute Arbeit. Blut. 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 So here, avd. Do it. Do it now. Gott, what you wanted, now give that people air. Das hilft mir die Botschaft zu verkünden. Wir schicken von der Farm aus ein Signal an alle Leute, die aus der Stadt geflohen sind, um ihnen zu sagen, dass sie hier sicher sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass es jeder... Ein Combat Rifle hat mir mehr gefallen. Verteile ein paar Signalverstärker in der Gegend. Das sollte klappen. Oh yeah, baby. Da habe ich das Ding gesolot. Bitches. Was habe ich denn da für eine Waffe? Die muss erst chargen und dann feuert sie einen Burst. Ja, die kenne ich. Boah, geht los. Ja, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann benutze ich meinen... ...Klarge. Ah. Lass mich raus. Ihr wisst ja, warum Katzen miauen, gell? Ja. Nipp miau, nipp miau, miau. Wir müssen aber echt für die Signale, gell? Wir machen hier eigentlich nicht mehr die... Die Creep. Ich habe hier keine Signale. Ich habe hier kein Signal. Ach, da oben. Ja, ich tu. Das Signal scheint bereits verstärkt zu sein. Das ging ja schnell. Also, ich bin fertig mit der Missy. Max, bei welcher Missy bist du? Ich mache jetzt gerade eine der Haupt-Messys weiter. Ja, welche ist das? Von Cruisern oder so. Wo du in diesem Steinbruch bist. Die Eliminierung des Käpt'n und der Kirche muss den Rest der gefallenen... Okay. Kann sein, ja. Kann sein, ja. Das ist da, wo der Aufzug abgestürzt ist, gell? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt gerade rein. Ach so, okay. Wenn du einen Knopf drückst und den Aufzug stürzt ab, dann bist du bei dem Quest, was ich gerade beendet habe. Dann warte ich. Ach Gott, ganz ehrlich. Ach Gott, ganz ehrlich. Ja, kommst du? Ja. Ich bin noch neben euch. Die ganze Zeit schon. Früher war es so friedlich hier. Das ist das erste Mal, dass ich seit dem Angriff der Kabale überhaupt Gefallene sehe. Erinnert mich an die Stadt. Ihr habt alle dafür gesorgt, dass wir keinen Geächteten zu Gesicht kriegen, um uns zu schützen, oder? Es gibt ein anderes Wort für einen Ort, den ich verlassen darf. Mhm. Die Lieber, boah. Soraya, trotz deiner Leistungen hier glaube ich nicht, dass die Stadt ein Gefängnis ist. Okay. Ich sage nur, dass die Farm keine Mauern hat. Man kann kommen und gehen, wann man will. Also sorgen wir dafür, dass alle den Weg hierher finden, oder Hüter? Komme ich wieder in eine Videosequenz? Ich habe schon gedacht, der Typ hängt Kopf über. Wow. Was? Ich habe so eine Waffe, die sich auflädt und dann dreimal schießt. Das darf der Wally auch gerade geringen. Wie wird denn was? Ich habe eine Waffe, die sich auflädt und dann dreimal schießt. Und übelst verreißt. Ja, das Ding ist voll scheiße. Schönes Sniper habe ich da geholt. Ich glaube, die ist nur für den Nahkampf. Fuck, was ist denn das bei aller Agbar-Aktionen hier? SMG-2 Gibt es da was? Verstärke das Signal, aber wo? Da, wo das... Du kannst ein paar Feldmissionen machen, Wally. Nochmal? Du kannst dir ein paar Feldmissionen machen. Ja, ich schaue mir gerade eine Videosequenz an. Und eine Art seltsame Rückkopplung. Die Gefallenen sind wirklich hauptsächlich. Hier ist eine Kiste bei mir. Ich bin sicher, dass sie eine Art Störvorrichtung in der Nähe haben. Bitte lass es eine bessere Waffe sein. Respawn restricted. Ah, deswegen. Jetzt muss noch eine Kiste. Kann man aber nicht haffen, oder? Okay. Kann man aber nicht haffen, oder? Wir brauchen noch zwei, ah, da ist einer. Das hat Boom gemacht. Da ist eigentlich da hinten noch einer. Wir sollten eigentlich die ganze Zeit rumlaufen und immer, wenn uns irgendjemand versucht anzusprechen, roger, roger. Das schaut scheiße aus. Das schaut aus wie das erste Flugzeug, was ich bei Kerbel Space Program versucht habe zu bauen. Hier ist eine Kiste. Irgendwo. Hast du irgendwelche Lootboxen im Salzberg weggefunden? No. Leute, hier ist eine Kiste. Dann nach links, ne? Da wollen wir dahinter gucken, ob es da irgendwas gibt. Welches Level bist du eigentlich, ne? Sieben. Lass uns mal zum Punkt gehen. Ich habe hier noch ein bisschen Side-Quests. Ich habe ein Triple-Jump. Wuuuuh. Who the fuck ist Raps da? Warum zur Hölle wird mir angezeigt? Vorräte für die Farm? Das wüsste mich auch schlauer. Für die Stadt. Aber als ihr angegriffen wurdet, habe ich alles fallen lassen und bin über den Ozean geflogen, um zu helfen. Die Stadt braucht sie sicher nicht mehr. Aber wir könnten den Kram in der Farm gebrauchen. Schlechte Neuigkeiten, Rathorn. Die Gefallenen waren schneller als wir. Okay. Okay. Vergesst die Vorräte. Kümmert euch um die Gefallenen und wir planen unseren nächsten Schritt. Und der Drecksack einfach oben vor mir. Mal snipest du oder was? Ja. Der Bereich ist sauber. Nicht lange. Die Gefallenen mögen es nicht, wenn man ihnen eine Gelegenheit zum Plündern nimmt. Ich rechne mit einem geballten Angriff. Dann tut mir doch bitte noch ein Gefall. Ja, dafür sind sie ja die Explosionsfässer da, ne? ...lanziert einen weiteren dieser Knoten, um ein Signal zu verstärken. Und dann verschwindet von da. Wie weggeflogen ist. Wie weggeflogen ist. Kommt der noch aus? Oder? Da hinten. Man kann hier nicht bequiesboren, gell? Also, die kann man wieder beliebt werden. Oder wenn wir alle drei sterben, dann... ...neu starten. ...durch kommt mit dem Blink. Ich hab keine Luftgewindet. ...Telefon. ...durch kommt mit dem Blink. ...eine Waffe, nicht nur die Blink. ...durch kommt den Blink. ...durch kommt mit dem Blink. ...eine Waffe, nicht unbedingt, dass er die Blink... ...durch kommt. wenn die gegner eigentlich schwere umso mehr leute in der gruppe sind objektiv nicht deswegen frage ich das gefühl das spiel an sich ist ultra easy ja es ist nicht nicht annähernd wie halo auf legendary aber ich muss sagen die in die ich gemacht habe die auf 20 war die war echt habe ich schwer wenn du nie auch die auf 20 ich glaube ganz ehrlich das wird schon noch schwieriger weil das ist die zweite mission ja sag ich doch hallo wo ist denn der letzte typ hier steckst du kam raus kam raus wo immer du bist nicht cool freunde der nacht also ich frage mich eigentlich echt hey wie wenn wenn jeder von uns so viele von den fallen niedermädt dann müssen die sich ja schneller vermehren als orcs ja aber es sind ja teilweise roboter die fallen ja da fliegt er gerade weg und jetzt wissen wir dass wir die stadt zurück erobert haben wird das eine große hilfe sein muss noch mal ihn durch die mainz durch los hast du noch mal die mission angefangen nein das ist ein nebenmessie die mich noch mal da rein schickt welche auf frame job ja was müssen wir jetzt machen zurück i have no idea ich bin zurück ich bin zurück da weiter ich bin zurück ich bin zurück ich bin zurück ich bin zurück dann fall nicht oh mein gott gab es machst du da er probiert ob man hier rüber kann und kann man darüber Nee Nicht Gäbe nicht Doch So weit gar nicht runter So wo sind wir? Ja Ich meine bin ich blind? Denn überhaupt Ah ja In der Karte Falsche Richtung Jetzt hab ich ne coole Waffe Ähm, kriegt sie auch Attention Contacting Destiny 2 Server unten Nee Besonders cool Das ist nur für die Truderwinger weißt Wir können fasttraveln, gell? Ich denke wir brauchen hier nichts mehr Ja, aber wo willst du hin travel? Ja Ja Zeig dir bei mir zumindest an Schlechtes Signal Ja Ja Können wir auch machen Und wo willst du hin? Ich kann hier fasttravel zum Trostland Ja das ist ne Star Ja das ist ne Star Ja das ist ne Star